Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Midsommar von Ari Aster. Hereditary, der Vorgängerfilm von Ari Aster, war, wie ich analysierte, doch reichlich überschätzt. Midsommar ist definitiv der bessere Film, wenngleich dieser Film, so scheint mir zumindest, doch sehr missverstanden wird. Wir sehen zu Anfang den desolaten Zustand einer Beziehung. Dani und Christian sind zusammen, aber man fragt sich eigentlich warum. Sie müssten sich voneinander lösen, sie verstehen einander eigentlich nicht. Er hängt mit seinen Freunden ab, die zusammen Kulturanthropologie studieren, sie sitzen so herum, kiffen, hin und wieder telefoniert er dann mit Dani. Dani, sie ist verzweifelt, denn ihre Schwester verhält sich immer eigenartiger, nabelt sich immer mehr ab und es kommt dann zu einem schrecklichen Suizid. Eigentlich wollte sich Christian dann auch von Dani trennen, aber durch diesen Schicksalsschlag ist das nun jetzt doch recht unangebracht. Und nun kommt Dani kurzerhand mit nach Schweden. Die Jungs können sich nicht so wehren, die eigentlich einen Männertrip geplant hatten. Und Dani versteht auch nicht so ganz, dass da gewisse Schwingungen im Raum sind, die ihr eigentlich sagen müssten, bleib lieber zu Hause. Nun, so ist es nun mal. Der Austauschstudent Pelle hat sie eingeladen, zum Sonnenwendefest in eine Kommune zu kommen. Die Kommune, aus der er stammt und wo noch alles wie früher ist, wo archaische Riten durchgeführt werden. Und gleich kommen die Studenten aus den USA dort an, in Schweden. Es ist eine Landschaft, also weit entfernt von urbanen Räumen und sie nehmen erst einmal bewusstseinserweiternde Pilze zu sich und weitere Rauscherfahrungen, die dann von der Kommune gereicht werden, folgen. Zugleich lernen sie dann auch recht bald kennen, wie diese Kommune funktioniert. Geschlafen wird in einem Saal, gegessen wird nur gemeinsam mit den Dorfwältesten, die dann auch entscheiden, wann das Mahl beginnt. Es gibt verschiedene Rituale und neckische Spielchen, die da durchgeführt werden. Und diese Studenten werden ungeheuer freundlich, herzlich empfangen. Doch nach und nach zeigt sich, dass wir es hier nicht mit einer harmlosen Hippie-Gemeinschaft zu tun haben. Es gibt nämlich sehr blutige Rituale. Es gibt sexuelle Riten, die eigenartig sind. Dies alles geschieht am helllichten Tag, denn es wird ja nicht richtig Nacht. Das ist eine Herausforderung, die Ari Aster formidabel meistert, wenngleich er hin und wieder doch etwas zu verliebt in seine zugegebenermaßen grandiosen Bilder ist. Es ist wahr zu lesen, ein Film über Verlust, ein Film über Trauerarbeit oder über eine zermürbende Beziehung, die zwei nicht verlassen können. Nun, ich glaube, wir sollten den Film ganz anders lesen. Nein, wir sollten den Suizid von Danis Schwester eher schon als eine Vorwegnahme von etwas anderem begreifen, als ein Pas pro Toto für unsere Gesellschaft. Und wir sollten die Lethargie dieser Studenten und diese Lethargie, die sich in der Beziehung ausgebreitet hat, viel mehr als die Lethargie unserer Gesellschaft deuten. Denn genau das finden wir dann auch im Anstoß im Film wieder. Wir sehen hier Überdruss, Zivilisationsmüdigkeit und Menschen, die keinen Standpunkt mehr einnehmen. Verstörend an dem Film sind gar nicht so sehr die drastischen Gewaltszenen. Und es sind auch nicht die perfiden Unterdrückungsmechanismen. Sowas hat man schon häufiger gesehen. Wirklich erschreckend ist das Verhalten der Studenten. Wir kennen zahllose Horrorfilme, in denen Figuren in schreckliche Situationen geraten und dann versuchen sie entweder möglichst schnell daraus zu fliehen oder sie sagen dem Ganzen den Kampf an und setzen sich zur Wehr. Diese beiden Dinge finden aber im Mittsommer überhaupt nicht statt. Es ist sehr geschickt, dass die Kamera ebenso wie die US-Studenten keine Haltung einnimmt. Wie eine Kulturanthropologin beobachtet die Kamera das Geschehen, wohlwollend vielleicht ein wenig, auf jeden Fall nicht wertend. Was für die kulturanthropologische Forschung gilt, kann jedoch ja nicht generell gelten, weil man sich sonst zum Beispiel mit einem solchen unterdrückerischen Regime gemein macht. Wir kommen hier an den Kern des Films, nämlich Kulturrelativismus versus Universalismus. Wir kennen immer mehr kulturrelativistische Argumente derzeit, die in Anschlag gebracht werden, um eigentlich gegen die Idee der Menschenrechte zu sein beziehungsweise um die Menschenrechtsidee so weit zu relativieren, dass sie eben nicht mehr allgemein gültig ist, wie es der Universalismus ja annimmt. Was meinen wir, wenn wir von Menschenrechten reden? In ihrer Einführung Philosophie der Menschenrechte schreiben Christoph Menke und Arndt Pollmann, was diese Menschenrechte denn beinhalten. Also wenn man sie mal ganz reduziert zusammenfasst, dann heißt das, jeder Mensch ist berechtigt, in einer politischen Ordnung zu leben, die ihre Mitglieder als gleiche berücksichtigt und ihnen damit gleichermaßen gewährleistet, dass ihre grundlegenden Ansprüche erfüllt werden. Das ist eine sehr offene Deutung zugegebenermaßen, aber man kann sie ja dann darum streiten, wie das genau auszusehen hat. Aber fest steht, dass genau das, was jetzt gerade da von Pollmann und Menke beschrieben wird, in der Kommune missachtet wird. Dani und Christian aber und auch die anderen rebellieren nicht dagegen. Ja, sie ergeben sich dieser Kultur. Wir haben ja schon bei Jackie Brown gesehen, dass es problematisch ist, wenn man eine anti-universalistische Haltung einnimmt und nur mit kulturellen Identitäten argumentiert. Dann kann man sagen, darf ein weißer Mann wie Tarantino einen Film über eine schwarze emanzipatorische Frau drehen und so. Das ist eigentlich unerheblich, denn es muss nur darum gehen, ist das Ganze universalistisch, ist es emanzipatorisch? Und genauso können wir auch hier eine andere Seite dieser kulturalistischen Logik erkennen, die diese Studenten an den Tag legen, indem sie eben nichts rebellieren, indem sie einfach das so in Kauf nehmen, wie es ist und immer sagen, naja, das ist halt deren Kultur. Man muss nämlich sagen, dass kulturelle Identitäten ja auch Konstrukte sind. Das ist nicht etwas Natürliches, was immer so bleibt. Es ist ja veränderbar. Wenn man kulturelle Identität als etwas Natürliches annimmt, dann kann man nicht mehr von Menschheit sprechen im universellen Sinne. Stellen wir uns eine extrem vor der kulturrelativistischen Argumentation. Stellen wir uns vor, jemand hätte während der NS-Zeit gesagt, das Errichten von KZs gehört halt zur kulturellen Identität der Deutschen. Da können wir jetzt als Außenstehende nichts machen. Da erkennen wir sofort, wie idiotisch diese Aussage ist. Doch tatsächlich finden wir in aktuellen Debatten immer wieder kulturrelativistische Ausreden. Wenn man beispielsweise sagt, Genitalverstümmelung bei Mädchen, Steinigung von Homosexuellen, das ist halt kulturell verschieden. Gerade in universitären Diskursen argumentieren manche so nach dem Motto, andere Länder, andere Sitten. Diese kulturalistische Verblendung finden wir exakt im Film wieder. Der Suizid ist hier Teil der Kommune, Teil der kulturellen Identität der Kommune, wenn man so will. Wer ein bestimmtes Alter erreicht hat, der ist gezwungen, sich in aller Öffentlichkeit vor den Augen aller einen Felsen runterzustürzen. Und schlägt er dort auf und ist dann noch nicht tot, dann wird ein großer Hammer ausgepackt und noch einmal draufgehauen. Beim Anblick dieses Schauspiels sind die US-Studenten natürlich erst einmal verwirrt, aber sie bekommen dann gleich gesagt, was ihr gesehen habt, ist eine ururalte Tradition. Das ist eben diese Kulturausrede. Und als sich innerhalb der Gruppe dann doch etwas Widerstand zu regen scheint und einer meint, also das kann doch alles nicht wahr sein, das ist einfach zu krass, dann sagt er, ich versuche offen zu bleiben, das sind halt kulturelle Unterschiede. Der Film führt genau diese Haltung vor und er macht das auch dramaturgisch dadurch, dass wir in dem Film keine Schockmomente haben, auch wenn es eben diese drastischen Elemente gibt. Und er tut es auch so, dass wir keinen Film erleben, der spannungsvoll ist, sondern die Spannungslosigkeit des Erzählens, die korrespondiert mit einer spannungslosen beziehungsweise lethargischen Studentenschaft, die sich das so alles ansieht, aber eigentlich nicht wirklich in einen Aktivismus übergeht. Das heißt, die Dramaturgie passt sehr, sehr gut zum Inhalt. Auch bei den Brautwahlspielen spielen die Gäste dann folglich irgendwann mit und in keinem Moment wird das repressive Frauenbild dieser Kommune kritisiert. Warum auch, sind halt kulturelle Unterschiede. Nun erleben wir ja immer wieder, wie die Menschenrechte imperialistische Kriege rechtfertigen sollen. Auch ist die Geschichte Europas, man denke nur an den Kolonialismus, ja keineswegs glorreich. Doch dies diskreditiert ja keineswegs den Universalismus der Menschenrechte. Vielmehr kann man sagen, dass die westlichen Imperatoren hier eben nicht als Vertreter der Menschenrechte gehandelt haben. Es darf nicht um geopolitische Vormachtstellungen, um Wirtschaftsinteressen gehen. Man kann natürlich fragen, wie weit soll dieser Universalismus gehen? Wenn wir diese Minimaldefinitionen nehmen von Menke und Pollmann, dann kann man sagen, natürlich ist die Steinigung von Homosexuellen verbietet sich. Aber man kann natürlich sagen, deshalb muss nicht in jedem Land die Ehe für alle eingeführt sein, damit die Menschenrechte eingehalten sind. Es gibt aber noch einen Aspekt, nämlich den Vorwurf des Eurozentrismus. Man bekommt gesagt, naja, wer so universalistisch argumentiert, der argumentiert ja eigentlich nur als Europäer. Der hat eine europäische Brille auf und kann so das andere einfach nicht beurteilen. Aber nein, die Menschenrechte und auch der Geist, aus dem sie kommen, nämlich aus dem Geist der Aufklärung, sind zwar in Europa entstanden, aber sie gehören, diese Menschenrechte, Europa nicht, sondern sie sind dort eben entstanden, aber sie sind universalisierbar. Und das bedeutet eben auch, dass Europa sich ja selbst nicht immer den Menschenrechten entsprechend verhandelt hat. Ja, man kann sogar sagen, mit der Einführung der Menschenrechte dann im Zuge der Nachkriegszeit war es so, dass man mit den Menschenrechten, den vom europäischen Kolonialismus unterdrückten, ein Rüstzeug an die Hand gegeben hat, um sich selbst zu befreien. Und es ist eine sehr, sehr geschickte Weise, wie mit Sommer dann auch eben diesem Eurozentrismusvorwurf entgeht, in dem das Ganze in Schweden angesiedelt ist. Zum einen bleiben wir also im Westen, doch wir können die dargestellte Gesellschaft natürlich leicht dann auf andere Gesellschaften übertragen. Zum anderen ist Schweden der Sehnsuchtsort vieler Liberaler. Wir kennen eben diese Werbung für Pop-Rock-Musik aus dem Land oder wir kennen das, machen sie Urlaub in Schweden, bringen sie Geist, Seele, Natur, alles in Einklang. Und das Ganze ist doch in einem sehr ähnlichen Licht dann auch getaucht, wie wir es im Film wiederfinden. Sehr viel New-Age-Kitsch wird da verbreitet und mit Sommer buchstabiert diesen Kitsch einmal ganz aus und zeigt, wie fatal das eigentlich ist. Wir sehen am Ende dann einen Menschen, der in den Körper eines Bären eingenäht wurde. Das Zurück zur Natur ist jetzt nicht mehr zu steigern. Die Zivilisationsmüdigkeit und der Kulturrelativismus führen genau dorthin. Was hier in Flammen aufgeht, sind Universalismus und sind Aufklärung. Und es ist eigentlich ein sehr bissiger Kommentar von Ari Aster, dass Studenten das dort erleben, die doch eigentlich widerständigen Geist zeigen müssten, die eigentlich genug Kritik mit im Kopf haben müssten, um sich ganz anders dazu zu positionieren. Aber es ist ein Film über Haltungs- und Positionslosigkeit und Kritikunfähigkeit. Und das liegt auch daran, dass alle dort so freundlich begrüßt werden. Gleich am Anfang, wenn eine der Sprecherinnen aus der Kommune das Wort an sie richtet, sagt sie erst etwas auf Schwedisch und sagt, ach, ich schließe ja Leute aus. Ich kann ja jetzt nicht anfangen, Schwedisch zu sprechen. Und sie sagt es dann auf Englisch. Gut möglich. Also was wir hier erleben, ist eine neue Herrschaftsform, nämlich eine, die Freundlichkeit säuselt, die umarmend ist. Die sagt, ach, kommt doch zu uns. Gut möglich also, dass der Faschismus, wenn er zurückkehrt, gar nicht brüllt und marschiert. Vielleicht wird er unglaublich freundlich Hallihallo sagen. Und wir werden wie die Figuren des Films dann vielleicht nur schauen, aber nicht sehen. Das ist ein Themis. Denkst du wirklich 3 "...so", und kann ich das messnen. Vielen Dank.